Das ist nicht der logischste Weg, gebe ich dir recht, aber ich war schon immer sehr, sehr modeinteressiert und schon immer ein Hutträger. Ich selber habe noch nie mit einer Nähmaschine mich auseinandersetzen müssen. Auch das haben wir erlernen müssen. Wir haben auch einen Nähmaschinenkurs besucht dafür und man merkt einfach, umso öfter man es macht und die Praxis dabei hat, dass Dinge, mit denen ich früher auf Kriegsschuss war, jetzt einfach ganz entspannt durchfließen. Bis zum nächsten Mal.